Jau Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von Go United. Es ist jetzt einfach nur ein halber Tag danach und das Jugendspiel ist vorbei. Ich habe gerade eine Runde auf der PS3 gezockt und dachte mir einfach, ja, der Tag ist schon so gut hier gelaufen, mach's mal ein bisschen chillige Musik dahinter, die ja, ja, ich weiß schon sagt einfach nix dazu die, ne, und so ich muss jetzt einfach nur darüber reden fällig ist. Und da haben wir einen Vemba, der flexibel ist. Das ist doch mal, hört sich doch gut an. Und er ist bald raus aus diesem Ding. Wir haben heute einen Jungspielgarten und 4-0 verloren. Ah, helter Vater. Das geht ja mal gar nicht. Und wir haben in der IM gespielt, aber jetzt erstmal zu was was ich überhaupt nicht kommen wollte. 3 Mille kann ich mir holen. Ah, mal fett Junge. Ja, ich hab ein Radio Hintergrund äh, Hintergrund angemacht. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Wenn nicht, ist halt einfach der Part für die, für den Arsch, sag ich mal. 3 Warmmeldungen, jawohl. Weisweiler, ihr habt's gehört. Ich kann, ey, ich wohne in NRW, ja. Ja, ich wohne in NRW. Ähm, hier in der Jugend ist eigentlich nicht richtig viel passiert. Wir gucken einfach mal weiter rum. Da ist einfach nix passiert, seitdem wir einfach mal, oder seitdem ich ausgelockt hab. Naja, aber erst mal zu meiner Verein. Wir hatten nämlich heute noch ein anderes Spiel, und zwar bei den Augsburgern. Die hatten ein International Masterspiel, und ich hab da noch ein bisschen von gesehen. Das sah nicht gut aus. Wir lagen 2-0 hinten, das jetzt immer. Weil ich geguckt hab. Und, toll. Wir haben irgendwie voll wenig Geld gekriegt dafür, dass wir in der IM Zuschauer 1 zusammen gekriegt, zum Zweig gekriegt haben. Und wir sind raus. 4-0 verloren. Damit kommt man einfach nicht weiter. Leider. Dann... Ja, dann hab ich keine Ahnung, was wir machen sollen. Das ist ja 2-6-1. Haben wir da auf Kontostand. Da sollte eigentlich was gehen, aber geht leider nicht. Dann werden wir mal eben kurz... Naja, geht gar nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt erst mal. Oder kann ich mit dem Geld zufällig einen neuen Flügelspieler-Kohlen für so 2,0 oder sowas. So 1,6 bis 2,0. Weil ich schätze mal unser eine Flügel... Und dieser eine Flügelspieler wird allein nicht reichen. Das heißt, haben wir denn nicht so für eine Menge Geld haben wir das, was wir nicht kaufen können. Leider. Dann machen wir das halt noch umso älter. Da findet mir bestimmt was. äh, das tut's auch nicht. Dann... kann ich zufällig Geld holen oder sowas. 300.000. Da würde ich mir... Na, mein Gott. Da würde ich hier... einen etwas jüngeren holen können. Wie teuer sind sie denn, wenn ich, sagen wir mal, 22 hier holen würde? Ah, ja. Eventuell billiger. Aber ich werde hier nicht zugreifen. Ähm... Hm... Stadion ausbauen. Können wir da was machen? Zufällig? Mir ist uns das eingefallen. Wie sieht denn hier... Ah, okay. Das habe ich hier gemacht. Aber bei Pindelberg muss ich das gleich noch machen. Ich werde jetzt hier einfach mal versuchen, irgendwas auszubauen. Falls was geht. Ne, das geht hier schon mal nicht. Das ist doch blöd. Dann würde ich mal so sagen, wir sparen jetzt erst mal hier auf sowas. Dann auch auf der Seite. Das sieht mich da auf der Seite eigentlich schöner aus. Wir könnten das doch nicht machen, wenn ich mir Geld holen würde. Von der Bank. Also, muss ich das schon mal gar nicht. Und hier fehlen uns einfach nur ein bisschen Geld. Das ist traurig, aber wahr. Ich sitze hier mit einem Glabber-Trikot übrigens rum. Finde ich geil. Äh, finde ich ver... Finde ich geil. Und wir verkaufen jetzt erst mal irgendeinen. Ich wäre für ihn hier. Dann würden wir genau 270.000 haben. Aber das würde uns immer noch nicht reichen. Deswegen, wem brauchen wir denn vom Positionszerstischen her nicht? Wir haben hier sieben Abwehrleute. Bedeutet, wir könnten auf jeden Fall hier irgendeinen verkaufen. Ich würde mal so zu... eigentlich zu ihm hier zendieren. Das machen wir auch mal eben. Wir verkaufen halt die beiden. Äh, Beste von heute. Siggi. Wenn das zu laut ist, dann tut es mir leid. dann müsste ich das nach... ähm... nachsynchronisieren und so. Dann ist es leider kein Live-Flitz-Flame mehr, aber... das tut mir dann auch leid. Aber jetzt bauen wir erst mal was Fettes aus. Und zwar... Was wollte ich aus... Was kann ich denn ausbauen? Was will ich denn ausbauen? Fragen wir mal eher so. Das kann ich mal nicht bauen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Dann baue ich... Können wir das hier ausbauen? Nee, können wir auch nicht. Dann bauen wir einfach hier irgendwo was aus. Erst mal hier gucken. Nee, hier ist auch nichts. Dann... Das habe ich jetzt jetzt ausgebaut. Dann müssen wir eigentlich hier so eine Tribüne ausbauen. 280.000, das wollte ich auch machen. Kriegen wir 200.000... mehr... Zuschauer da rein. Bedeutet... also... 1200 Zuschauer mehr. Da brauchen wir mal auf der Nordseite. Das ist die Nordkurve meistens immer diese... Zügebünde, wo die meisten Fans stehen. Einen Fans stehen. So, jetzt haben wir dann noch... 20.000 gefährt. Nee, ich kann nicht rechnen. 40.000. Fast 50.000 aber. Alter Vater, wollte ich mich verarschen. Die International Masters Preise sind relativ... billig bei mir. Die waren bei 10 Euro. Ratet mal, wie viele Zuschauer da kamen. Nicht viele, schätze ich mal. Gucken jetzt einfach mal nach, wie viele kamen denn so. 4.903, das ist ja lächerlich. Für so wenig Geld kommt man eigentlich bei so einem heftigen Spiel mal rein. Aber da ist jetzt das mal relativ egal. Wir gehen zur D1-Racht, wo ich einen Spieler gekauft habe, der relativ viel Wert hat. normalerweise. Das habe ich offline gemacht, da ist mir einfach in dem Let's Play einfach zu lange dauern würde, weil, wenn du nach speziellen Spielern, äh, speziell von der Nationalität her suchst, dann könnte das mal bis zu einer halben Stunde dauern, bis du den, bis dann halt diesen Spieler haben kriegst, sag ich mal. so 305.000 Frank Heimbacher, das ist 1,8er, 19 Jahre alt, hat die, äh, hat das Talent Schnelligkeit und hat, äh, einen Wert von, keine Ahnung, 270.000. Das ist der, laut Statistik her, würde das der erste Spieler sein, der so einen Marktwert bis 500.000 hat. Das würde, glaube ich, hier auch stehen dann, morgen. Dann hätte ich auch bestimmt eine höhere Stärke hier von, ähm, allen Best-, allen Spielern, warum auch immer hier beste Spiel steht, weiß ich nicht, weil beste sind wir leider nicht. Das wäre zu geil gewesen, aber leider ist es nicht so. Ähm, dann könnten wir mal eben auf, ach nee, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin, aber da hat sich was verbessert. Ach, Düsselbach, habe ich vergessen. Habe ich vergessen, tut mir leid. Und zwar habe ich gesehen, warum wir so viele verletzt haben, liegt einfach nur daran, dass wir den Rasen ausbauen müssen. So, dann haben wir das jetzt auch mal gemacht. 50.000 kostet das Ganze. Der wird auch nur ganze 10 Stunden dafür. Und wir haben schon fast das Niveau der Augsburger erreicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Also wir könnten die Theoretik schon von Stärke her schlagen. Ob das schon möglich ist, ist eine andere Frage. Ob das machbar ist, ich glaube scheiße, ist wiederum eine andere Frage. Und ob das nicht hier gesperrt wird, ist auch eine andere Frage, weil das kommt halt nicht auf mich dran, sondern halt auf die... Ihr wisst schon, ich will nicht darüber reden, das ist einfach zu blöd, sage ich jetzt dazu. Es geht ja nicht um das da, sondern um das Let's Play hier von Golden United, wozu ich jetzt schon sagen kann, nicht jeden... es kommt nicht jeden Tag eine Folge raus, weil... Denkt man nach, so ein... für sowas kann man nicht jeden Tag ein paar draus holen. Da wäre der 5 Minuten lang, also von manchen Tagen. Aber man kann nicht jeden Tag ein paar draus holen, das ist... unmöglich, meiner Meinung nach. Okay, unmöglich nicht, aber möglich. Na, will man nicht gerne machen. Er hat heute mit uns auch so ein United-Spiel, Liga-Spiel, wo ich mich mal einfach mal... wo ich einfach mal mitgemacht hab. Da hab ich 4-0 verloren gegen eine Stärk, die... 32 ist ein Schotter. Ich hab gegen den Schotten gespielt, hab ich auch noch nie. Ich würde mal so sagen, ich krieg hier auf jeden Fall nix hin. Der hat schon gegen fast alles gespielt, das ist Hammer. Der fehlt nur noch ein paar Sachen, dann hat er schon alles. Den... Wo spielen die denn hier? Dass er bitte befreundet ist in der League, in der 8. Hammer fett. Dann würde ich was zu sagen, wir tun mal in unserem Verein zu... äh, nicht da, sondern hier. In unserem Verein zu... würde ich mal so behaupten, dass wir jetzt... Ja, 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 ja. Dass wir irgendwie so... Alter, geht die Mucke grad auf den Senk. Da tut mir so leid, aber wir werden jetzt erstmal so machen. Wir haben einen Schotten in unserer... in unserem Verein zu... da... ähm... dazu kann ich eigentlich nicht richtig viel sagen. Dass der Partys hier wieder vorbei ist, ist auch klar. Ihr müsst... Hab ich hier... Geld hoch... Ja, ich hab wieder den Kredit aufgenommen, um diesen... Heimbacher zu holen, weil ich einfach mal einen habe und wollte der so... Tacheles Rede, sag ich mal. Aber sonst... ne, Weihnachtsmusik, wie man das schon kennt, ich... äh... damals eher. Da tut mir auch, äh... innerlich eigentlich nicht richtig viel weh, weil ich mit meiner... Familie nicht so oft wegfahre. Oh, er ist auch in der International Masters raus, es tut mir aber leid. Er hat einen Freilos gekriegt und ist 6-1 am Verlieren in der Liga. Das ist ja schon... Hammer. Wir haben gegen den stärkeren Gegner gewonnen. Er hat gegen den stärkeren Gegner verloren, aber bei einer Stärke von 12... da sage ich dazu einfach nur, Aua, da tut weh. Der sollte auf jeden Fall mal einkaufen, weil ich habe, glaube ich, mit einer Stärke von 16 gegen eine Mannschaft gespielt, die vergleichsweise ne Stärke hatte von 20. Das war... das ist jetzt relativ, äh... annehmbar, weil wir haben gerade mal ein Spiel verloren, würde ich was dazu behaupten. Ja, wenn man Freundschaftsspiele da ab... äh... zumindest abzählt, also nicht zu... zuzählt oder so. Dann haben wir bisher jedes Spiel gewonnen, bis auf eins. Das war das Spiel gegen die Bielefelder in der letzten Saison. Wir könnten da mal eben kurz in die alte Liga reingucken, da ist noch Satan, glaube ich, drin. Gucken wir einfach mal rein, vielleicht... ist der noch... ne, da ist sein Premier Cup verloren, sehe ich hier. Seine Mannschaft existiert auch irgendwie gar nicht mehr, also von daher ist das unnötig, da noch mal reinzugucken, aber ich glaube, die, 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 die... ähm... hier. Ne, die nicht, die sind nicht mehr aktiv, oder sag ich mal, einfach nicht mehr aktiv. Zu... die sind bestimmt noch aktiv, weil das ist das einzige Spiel, was ich verloren habe. Ja, die sind noch aktiv. Der war das letzte Mal am 5.12. Oh nein, da hat gerade die... naja, ist ja eigentlich relativ egal. Best von... Best... Tor von... Hansen treibt den beiden zentralen kurzer Blick zum Tor und der direkte Schuss von abgefälscht auf dem Fuss und Lande unhaltbar. Ja, ist klar, da habe ich schon öfters gehabt. Äh, irgendwas Neues. Ach, die sind aufgestiegen in die 8. Das ist der Hammer. Wieder Inaktivität hier und so. Das sage ich dazu nur. Was sie alle für Glück haben, dass sie alle inaktiv sind. Und so. Mehr sage ich dazu nicht eigentlich. Naja. Das war es eigentlich auch für diesen Part. Ich wollte einfach nur mal testen, wie laut die Musik dann eigentlich im Hintergrund ist. Auf, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Yo, Leute, und willkommen zu... Rückzüge United. Wo man zu dieser Part hinten an dem letzten drangehängt, das liegt nur daran, weil ich wieder... Radio läuft und so. Ich hoffe, Castle of Glass es ist der Ich hoffe, ich bin immer noch bei der PS3-N, wie gesagt, das noch in den Farbevor, da. Weil... Komm, mal gerne gegen mich bei... äh, hier. Fuß... viel vereint mit mir, ja, her. Genau, da konnte man eine Runde gegen mich zocken, ein Gold-Zie-Mäute-Geräusch erstellt mit... mit hier... Bundesliga und so. Ich bin immer noch nicht ganz fertig mit der Mannschaft, aber... es geht schon. Wir öffnen hier gerade ein... ein... Pack, wo ein Spiel gegen... Arcel... wo ein Punkt drauf ist, wo wir gegen Arcel spielen können, und unsere... Reputation, glaube ich, auch stellen... durchstellen können, wenn wir gewinnen. Das wäre Hammer. Aber... wir kommen zu wesentlichen, und zwar das, was heute passiert ist. Wir hatten heute ein... Wir hatten heute natürlich ein Ligaspiel, und das haben wir 4-1 gewonnen. Warum eigentlich 4-1 jetzt? Ach, Laberti hat noch in der letzten Minute getroffen. Hammer fett. Dadurch bleiben wir auf... Dadurch sind wir auf 2. Und ich lese mal die Tore einfach vor. Ecke für Rot-Weiß-Mers. Van Lersem eilt herbei und wird sie ausführen. Die Ecke dreht sich etwas vor Torwart weg. Kommt in die Nähe des... Kommt trotzdem in die Nähe des... Elfmeter-Punkts. Löwe nimmt den Ball mit der Brust an. Legt den Ball an. Ardard vorbei und macht euch schon das Tor. Na, jetzt kommt euch schon auf den Putz der Junge. Der macht, der gefällt mir. Tor für Rot-Weiß-Mers in Minute 26. Torschütze. Gütter. Löwe. So, das war das einzige Tor in der Halbzeit. Eins, es war ein bisschen wenig für... Ein bisschen Unterschied von Stärke her. Also, Bütow hat sich... Hat sich den Ball auf der linken Seite gekämpft und treibt den Ball nach vorne. Spielt Ardard aus und... Also, was ist Ardard überhaupt für die Stärke? Das... Ja, jetzt können wir eigentlich mal nachgucken. 1,0. Das ist ja mal schlampig. Das geht gar nicht. Aber, naja, man muss noch nicht immer alles kaufen. Wie schon gesagt, man muss halt nicht alles machen. Ich bin einfach nur kaufstisch. Ich bin Felix Magath, denke ich hier so. Immer so stylisch Felix Magath zu sein, ist auch nicht gerade so schön. deswegen tut mir das leid, falls ich zu viele für euch einkaufe, aber so viel kaufe ich wiederum auch wieder nicht mehr ein. Ähm, wir sind bei Ardard aus und treibt den Ball entlang der Seitenlinie. Er schlägt sie... Er schlägt einen schnellen Haken und flankt direkt auf den Kopf von Dambertü und er trifft unhalbbar für Butter. Er hat sich gedacht, er wollte mal schnell sein, deswegen heißt er Butter mit Nachnamen und Glitcht herbei, aber ist trotzdem unhalbbar dafür. Danach wurde rumgemeckert wegen einem Glitch in diesem Spiel, dass Butter diesen Ball angeblich gefangen hätte und er nicht unhalbbar war. Naja, wir kommen zum Tor, wie schon gesagt. Das steht dann und dadurch 2 zu 0 Tor für Rot-Weiß-Mers in Minute 59 mit der Nummer 9 John Lamberti. Das sollte doch eigentlich schon die Vollständigung gewesen sein und es ist sie auch, weil jetzt eh noch in Angriff kam. Angriff über links durch Byteau. Byteau legt sich den Ball vor und schlägt eine Flanke. Die Flanke kommt zu Lamberti, genau. Lamberti, der kann sich von seinem Gegenspieler lösen und trifft mit einem sehr entswerten Ver... äh, sehr verrückt. selbstfalls hier. Meine Güte, kann ich nicht lesen. Tor für Rot-Weiß-Mers in Minute 74 mit der Nummer 9 John Lamberti. Da gab es das Gegentor durch einen durch durch Berlinowitsch verursacht geht. Etwas ungeschriebenen Zweikampf Freistoß für die Sportvereinigung GRF. Freistoß aus gut 20 Metern von weit rechts. Der Freistoß wird indirekt, wird direkt ausgeführt. Das ist eine Sache für Chastagnier. Das ist, glaube ich, das sollte Franzose sein. Ich richtig liege. Es ist ein Franzose, jawohl. Tristan Chastagnier. Der nimmt Maß und schießt ein Freistoß wie aus dem Bilderbuch. Tor für die Sportvereinigung GRF in Minute 77. Torschütze Chastagnier. So, haben wir hier so. Dann der letzte Tor noch von Lamberti, glaube ich. Ja, von Lamberti ist das letzte Tor. Van Lersem hat auf der rechten Seite den Ball und läuft entlang der Außenbahn. Der Versuch einer Flanke genau der Versuch einer Flanke genau auf Lamberti, der nur noch einnicken muss. Tor für Rotweiß in Minute 89. Mit der Nummer 9. John Lamberti, der heute seinen Hattrick geschossen hat. Glückwunsch an dich, Lamberti. Hoffentlich wird es im nächsten Spiel noch besser. Fragt sich nur gegen wen. Gegen wen spielen wir nächstes Mal in der Liga? Das sollte wohl eigentlich eine einfache Frage sein. Ich glaube gegen den FC Neymar und das stimmt leider nicht. Wir spielen gegen den SC 76 Tornado sollte ein relativ schwerer Gegner sein, aber glaube ich wird es mal nicht. Ich meine das war eine Ausleitung. Ah, okay. Ne, er sollte eigentlich ein Sieg her, wie schon sonst auch immer. Und ich weiß da nicht, was mit Herne abgeht, aber 3-0 haben die heute gewonnen. Ne, doch, 3-0 haben die gewonnen. Sind damit immer noch auf der Eins, haben 10 Tore plus Differenz, also 10 Tore halt so 2 Gegentore 12 geschossen, äh, 12 haben sie geschossen, bedeutet also 10. Und der Rot-Weiß und Rot-Weiß Mörs hat 9 Tore geschossen, aber dafür 2 kassiert, bedeutet also plus 7. Und es fehlen 3 Tore zu Platz 1, sozusagen. Okay, eher 4. Was hat denn der SVK gemacht? Der SVK hat heute gegen Wiesel gewonnen, 4-1. Okay, wir haben 5-1 gewonnen da, aber, naja, man kann doch nicht immer alles gleichzeitig gleich machen. Dafür unser größter Konkurrent Köpenicker FCU hat heute 1-1 gegen Tabellen Netzen geschafft, deswegen schätze ich mal, das war einfach nur peinlich in meinen Augen, aber die haben heute wirklich gekämpft, die Gunners, die haben es heute verdient, einen Punkt zu holen. So, dann punktlos sind immer noch der SVC Neymar Hessen, Löwen und der SVC Mietzel. Da war wohl nichts Mietzel. So, dann haben wir das jetzt mal geschafft. Wir haben 3,8 Millionen Euro und wir sollten, wenn man das Trainingsspiel gemacht haben gegen Weidbach, wo ich die Aufstellung schon mal mache. Ich habe ja schon im letzten Part, also ein bisschen davor schon gesagt, dass die Aufstellung schon für mich feststeht für das Freundschaftsspiel, ja genau. Und zwar, wir werden so spielen, wir nehmen Günther Löwe nicht raus, wir nehmen Lamberti raus, und ziehen einfach Reinexfälle rein und das sollte eigentlich schon ein bisschen reichen. Mittelfeld muss so gespielt werden von Lersum oder Byteo. Byteo kann man weichen. Bedeutet, Potulski spielt auf links. Sollte ja wohl eigentlich machbar sein, weil er hat ein bisschen viel im Markt in der letzten Zeit. Und in der Verteidigung wird Glutz spielen. Das habe ich mir auch schon vorgenommen. Glutz soll ein bisschen mehr Erfahrung. Das war Zetraski, Okay, war doch nicht. Hä? Was hat der steht da? So, hier ist Glutz, der sollte mal mal was looten, vielleicht findet er mal was zu essen oder sowas. Nein, aus Spaß, der hat, der wird nur auf jeden Fall was gut ist. Wir haben eine Stärke von 32,4 und gehen so in das Freundschaftsspiel rein. Nein, Spaß, wir haben halt kein Fehler gemacht. Nämlich muss Glutz noch in die Aufstellung rein investiert werden. Er ist nämlich ganz schönes Talent. So, dann haben wir das auch mal geklärt. Und es sollte eigentlich ein chilliger, chilliges Trainingsspiel sein. Bedeutet, es ist mir scheißegal, ob wir gewinnen oder verlieren. Es geht einfach nur auf die Erfahrung der Mannschaft nach. Er wird auch mit der zweiten Mannschaftsspiel, das hat er gesagt oder geschrieben, je nachdem. Aber das sollte dann doch wohl zu schaffen sein. Ich habe mir heute sein Spiel angeguckt, der hat 2-0 gewonnen, war aber ein nasches Spiel am Anfang an, aber Gersdorf, der hat mir heute gefallen. Nee, hat mir nicht gefallen. Heute hat mir gefallen, ich glaube, der Huhn hat mir heute gefallen. Nee, nee. Ach, mir hat einfach gar keiner gefallen. Die Mannschaft war heute einfach relativ, ja, erste Mannschaft, erste Halbzeit komplett kostaniert oder wie auch immer das heißt. Ist ja relativ egal. Wir gucken mal in die Jugend rein und vielleicht finden wir was Schönes hier. Ja, hier zum Beispiel 2,0, da wird auf jeden Fall bald schon kommen. Noch vier Spiele braucht dieser Hauke Eihardt, damit er in unsere Mannschaft kommt. Er wird natürlich mit reingenommen. Dann kommt noch der Wemba, der wird auch, der wird auf jeden Fall noch bei uns spielen. Der wird, der wird, wenn irgendeiner von Mittelfelddingens nicht mehr da ist, spielen. Auf jeden Fall. Und Dario Barth, der wird, der wird, der wird, auf jeden Fall auch spielen. Obwohl, für seine Größe ist das jetzt eigentlich nicht so Torwart-mäßig technisch was, aber 17 Jahre, 1,8 ist auf jeden Fall ein richtig fettes Talent. Das muss auf jeden Fall gefördert werden. Egal wo, wir werden ihm kurz, ich glaube, ich habe einen Spitzenabend für den, würde ich jetzt immer kurz mal machen. Einfach mal nur so aus Spaß. Birk, ich habe mir was ausgedacht. Birk, französischen, äh, na, aber erstmal, wir könnten ihn ja Birk ziehen, oder sowas. Dario, King Birk, wenn er mal was. Oder wir nennen ihn einfach God Birk, Alter. Ach, ich habe keine Ahnung, lass mir das nicht, lass mir das nicht, lass mir das nicht einfach. Sollen wir unsere letzten Scout-Karten investieren in einen neuen Stürmer? Frag ich mich gerade. Sollen wir das mal machen? Ich bin mir grad unsicher, obwohl wir brauchen eigentlich eher Verteidiger. Dann nehmen wir mal Kuto weg. Er kann weg. Bleib mal woanders, du wirst nicht da spielen. So, dann haben wir hier, dann könnten wir erstmal hier auf ihn einen Scout ansetzen. Ich werde mir, wenn ich wieder Premium habe, schon ein ganzes Jahr, auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal hier Karten davon holen. Ich brauch die nämlich. So, was hat er? 1, äh, äh, 0,8, das ist nicht so mein Ding. Marco Melans, soll. Ja, genau, er wird das hier bekommen und der letzte kriegt dann halt das letzte. Dann gucken wir mal nach, was wir dann danach fördern werden. So, ins Team, 0,8, Leck mit ihr, älter. Was ist das hier für schlechte Spacken? Osmar Girnus, der muss doch was werden, ey. So, was wird's das? Was ist das? Wenn ich jetzt Pech habe? 1,0, leck mir die Eier. Leck mir die Eier ist das schlicht. Naja, aber der wird spielen, der wird auf jeden Fall spielen, der wird auch gefördert werden. Zwar ist er nicht so, das, was ich haben wollte, aber okay, man kann doch nicht immer alles erwarten. Deswegen ist das nicht so schlimm. So, wir werden ihn nach Wemba scouten. Äh, nicht nach Wemba, nach Eilard scouten. Sollte ja wohl möglich sein. So, wir gehen mal den Verein wechseln gleich sofort. Das sollte ja wohl machbar sein. Wir gucken mal eben kurz in die Bilanz. Was haben wir so wieder ernst gezogen in den letzten paar Wochen? Äh, ja, wir kriegen mehr Einnahmen als wir ausgeben. Das ist schön, weil wir einfach nur sparen. Unser Kontostand zur nächsten Woche ist 3,7 Mille. Das sollte ja wohl machbar sein, dass wir auf jeden Fall plus bleiben. Das liegt nur daran, dass wir immer Heimspieler haben oder öfters Heimspieler haben. So, wir haben noch das, wir sind nur im Pokal vertreten. Wir haben ein Auswärtsspiel, glaube ich, ne, ein Heimspiel gegen Gimptown. Das ist eine Mannschaft, glaube ich, mit einer Stärke 35. Das sollte ja auch machbar sein, aber man kann sich ja nicht, man kann auch nicht jeden schlagen. Das kenne ich schon. So, wir haben hier zwei Auswärtsspiele jetzt gegen Waldbach und gegen Tornado. Dann kommen wieder, aber wir haben in der Liga zwei Heimspiele gegen Köpenick und gegen, gegen, hier, wie heißt es, Witzel. Und dann haben wir nochmal zwei Heimspiele gegen Tornado und gegen die SVK. Bedeutet, wir hätten hier ein Auswärtsspiel und hier auch. Und es ist 22. und das ist mir egal. So, aber wir jetzt gehen wir erstmal zu dem Mannerverein. Wir gehen zu den Augsburgern, die heute schön ihre Weißwurst gegessen haben und ich schätze mal, die war gut. Keine Ahnung, was daran irgendwie so Sinn da gibt, aber 63.000, das ist nicht richtig viel, aber was haben wir denn gemacht? Wir haben eine, wir haben, ach ja stimmt, wir haben ja unser Stadion ausgebaut und wir spielen im nächsten Spiel Genie-Pick-Pussys, ist das nicht super? Nein, ist es nicht. Meine Güte, du, meine Güte, du. Wir spielen Genietabellen, nee, wir sind dritt, hä, wir sind dritter, gerade eben im Live-Ticker wurde mir angezeigt, dass wir zweiter, dass wir vierter werden, aber wir haben es geschafft und sind auf Platz drei geblieben. Unsere Ampelstraße hat uns nicht erwischt mit dem hoch und runter. Ähm, naja, ihr könnt mich immer noch das interessiert irgendwie keinen. Wir öffnen erstmal unser Wot-the-fuck. Warum ist das anders? Naja, okay, ich spiele glaube ich dort, da stand gerade was an und steht da. Äh, der Teamgeist ist Kallus um 10 pro und plus 10 maximal dreimal möglich, gültig bis 24.09.2013. Falls es uns noch gibt, weiß ich ja nicht, aber wir sollten glaube ich beim RW muss mit Asi-Karten angekommen sein. Deswegen haben wir hier die Milan-Karte, die wir eigentlich gar nicht brauchen, aber naja, was soll's, haben wir ein Spiel mehr. Investiere für deine Zukunft für kurze Zeit das Jugendpack. Leck mich am Arsch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das soll's ja wohl eigentlich ganz normal sein, aber hier, der 1. FC K schlägt uns nichts, der ist einfach nur durch den Verein, tut mir leid. Aber ich kann dir irgendwie nicht leiden, das ist halt so. Und wir gewinnen 2 zu 0 durch Tore von Gülsdorf durch einen Freistoß und einen Eckball durch Chalukin. So. Aber zuerst die Freistoß-Situation. Gernand, Gernand, das obfisch-Franzose, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das ein Franzose ist, aber wir... Okay, dann ist das halt eben ein ein deutscher. Paolo. Paolo. So, Kretsch, Chatsch ist von der Seite weg in die Beine und Gernand holt sich die Gelbe ab. Leid mich am Arsch, sie ist recht rot, Junge. Gelbe Karte in Minuten 27 für Gernand. Da hat es... Chatsch ist aber doch schlimm getroffen, er krümmt sich am Boden, aber hält seinen Fuß. Doch, das Ganze sah schlimmer aus, als es war. Chatsch kann weiterspielen. Leid mich am Arsch. Ich kann nichts dagegen tun, aber naja, machen wir auch egal. Ich hab dir einfach mal eine Wunderheilung gegeben. Leid mich am Arsch. Freistoß von rechts, aus Spitzenwinkel. Der Freistoß wird direkt ausgeführt. Das ist eine Sache für Güldsdorf, der aus Maus kam und einfach mal so gedacht hat, ich mag lieber Weißwürste, deswegen gehe ich immer da unten. Der nimmt Maß und schießt. Da kann Balde, der beide ins Haus kommt, nicht nur noch zuschauen. Wieder bei Neblin ein Schlägt. Tor für Tust Augsburg in Minute 27. Das hat ja mal lange gedauert. Torschütze, Güldsdorf. Meine Güte, du. Dann nichts mehr passiert und so. Und dann natürlich dieser schöne Eckball. Chacha, steht bereit. Weiter, kann jetzt weiter vorstellen. Chen Urkin kommt freistehend an den Wald und trifft den Seilvollzieher. Und dieser Seilvollzieher war für die Portugiesischen mit ihren, ich weiß jetzt nicht, was die essen, ist mir auch relativ egal. Dieser Theodoro oder Theodore, je nachdem, wie er heißt, ich weiß es gerade nicht so genau, Theodoro heißt er übrigens, soll angeblich nach Spanien ausgewandert sein. Deswegen steht hier die falsche Nation da. Da war Chacha sauer und tritt den Pfosten nach seinem Tor, aber das steht hier leider nicht drin, deswegen habe ich einfach die Einzelheiten rausgezogen. An den zweiten Pfosten, Chen Urkin kommt freistend an den Ballen, trifft der Seilvollzieher. Leck mir die Eier, du. Kannst auch vonseitlich treffen, was ist mit gerade, hä? Stehst du immer so schreckt, oder was? Doch, für TUS Augsburg in Minute 71 durch Chen Urkin. Alter, Vater, so, da haben wir hier noch Nick passiert und wir sind tatsächlich dritter. Hammerfett. Das nächste Spiel ist gegen den vierten und wenn wir da verlieren, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben zweimal einen guten Stand hingelegt. Jetzt kommt die Enttäuschung, aber es ist mir relativ egal, wir schnell gehen und so. Da haben wir ein bisschen Geld gezogen. Plushikov ist 2,0, das interessiert uns aber nicht. Wir gucken einfach mal auf die Erfahrung. Wer hat denn hier die meiste Erfahrung von denen? Das ist ganz einfach und das ist gut zu beantworten, nämlich Gülsorff mit seinen 30 Jahren. Alter Knacker, du bringst bestimmt Geschenke über den Sackte. Du siehst dich rot warm an und dann gehst du wieder zu Rotweißen, was sagst du? Du kommst mit den Sacktgeschenken von den Augsburgern zurück, aber naja, machst du ja nichts. Es gibt einen Vereinswechsel und wir gehen zurück nach Pinneberg in den schönen Norden, wo es am Weihnachten am Regnen war. Ich komme nicht aus Hamburg, ich würde Dortmund sagen, tut mir leid. Wir haben ein United-Liga-Spiel gegen die Hertha. Das wird ja mal ein bisschen blöd, aber naja, wir können ja nichts dran ändern, wir müssen da spielen. So, was haben wir hier für eine Karte gekriegt? Ich glaube, hier ist verschluckt. Hier ist Arsenal drin. Das ist doch schön. Arsenal ist erbringt mir Arsenal. Erfahrung. Super. Aber ich hätte gerne... Ach so, Entschuldigung. Ich muss kurz aufhören mit meinem Satz. Aber wir haben uns immer noch nicht verbessert. Leck mit dir, ja. Ja, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren schreiben, ich habe keine Eier, deswegen tut mir das leid. Aber ich bin heute einfach mal so komisch drauf. Ich wollte einfach mal heute versuchen, ein Heep zu sein, aber es geht schlecht. Deswegen lasst mich in Ruhe. Ich heule gleich in der Ecke. Lasst mich. So, wir haben 5-1 verloren. Das war ja mal klar abzusehen, dass wir verlieren werden, aber Stärke 23 gegen die Stärke 17. Okay, eigentlich 16, aber naja, da wird nichts, da wird nicht geholt, da wird einfach nur rumgeguckt. Da wird sich verbessert. Das heißt, selbst der Einwächsenspieler macht's. Meine Güte, du. Naja, Klarmann, er kämmt sich den Ball im Strafraum des Gegners. Klarmann spielt zu Kairoll. Kairolle, die Kairolle, der Nix, ähm, Supermarkt. Keine Werbung, PLS. Der kann den Ball in Höhe des Elfmeterpunkts annehmen, macht die ganze Sache, aber leichter, als es eigentlich schon, eigentlich, als es eigentlich nicht war. Es war an mich sehr einfach. Er hat sich einfach die Abwehr durchgeguckt, denkt sich, ja, ich schraub die Made alle weg, deswegen bin ich schnell durch die Abwehr gerast. Und er zieht einfach mal ab, lässt es klingeln, Tor für die Tigers. Und das ist so schlecht, dass ich gerade schon mich verschluckt hab. Durchschütze Kairoll in Minute 18 übrigens. So, Görlitz hat den Ball im Strafen und macht die ganze gegnerische Abwehr, das ist wie gerade eben auch schon. Er zieht sich einfach, er, ähm, lockt sie nach Görlitz und wandert aus. Geht nach Holland oder so, weiß ich auch nicht. Oder Niederlande, wenn die das besser haben so wollt. Schießt und erwischt Chrissi Kamesin. Haha, was für ein Name? Chrissi Kamesin auf den falschen Fuß. Tor für 1,5 Fündelberg in Minute 41. Durchschütze Görlitz. Philipp Gürlitz heißt es um uns. Ey, Philipp! Philipp! So, da kurz nach der Halbzeit da waren wir noch im Pennen, da haben wir noch geschlafen, wir waren nämlich am, wir lagen am Boden. Da hab ich genau gesehen. Klammern, erkennt sich den Ball im gegnerischen Strafraum. Ähm, ähm, muss mal kurz was zu nehmen. Ähm, Willis mit dem Torwart auf dem Ziel übersteigern. Zieht mit einem Übersteiger an diesen vorbei und haut den Ball in die Maschen. Oh mein Gott, die Tiger sind richtig gut. Lecken mir die Haie. Aber es gibt noch eine bessere Mannschaft, nämlich die Union, äh, die irgendwie heute gewonnen haben. Ich weiß auch nicht wieso. Naja, aber der Masternix, der Masternix. Wenn du 5-1 verlierst, ist es. Kairo erkennt sich den Ball im gegnerischen Strafraum. Kairo setzt wie klein in Szene. Der verarbeitet den Ball und steht in ausrichtsreicher Position. Hat nur noch Rikard vor sich. Rikard. Übrigens ist es Rikard Hövenlerz. Ja, Rikard, ihr kennt das. Er tunnelt diesen und trifft die Tiger. Die haben einen auf Ich bin total wild gemacht. Deswegen steht sie auf verdient. 4 zu, 3 zu 1, glaube ich. Nur, ja. 3 zu 1 steht hier verdient. Die haben einfach mal Ehemäne gezeigt. Die fanden wir so wuschig und sind da reingelaufen. Klar, man erkennt sich den Ball. Im gegnerischen 16er. Steht nun Packard gegenüber, steht nun direkt vorm Tor schlängelt sich durch die 16er und trifft mit einem überlegten Schuss. Tor für den FC Tigerhausen, Spack oder keine Ahnung, weiß auch nicht, ich bin der, die Gideana, aber ich mache es nur, weil ich gerade einfach nur keine Zeit mehr habe und den Laber einfach nur scheiße und will einfach nur die Buch im Radio hören. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach heute ein bisschen überdreht. Ich habe einfach geschlafen. Während ich Formel 1 2011 äh, 12 gezockt habe, bin ich direkt mal eingepennt. War schlecht, weil ich bin dann dadurch voll schlecht gewesen. Naja, egal. War 100% drin und so und habe dann verkackt. Das sage ich mal so. Klar, man erkennt sich den Ball im Gegnerischen 16er. Ist wohl nicht eingeschlafen, dachte ich nicht. Warum liegt da ein verdammter Redmurz auf dem Boden und, äh, warum ist eigentlich im Rasen eine PS3 mit einem Fernseher? Leck mir die, ja, ich denke mal, ich zocke mal mit, aber nein, er hat sich ein bisschen überlegt. Da waren scheiß Spiele drin. Der verarbeitet den Ball erstmal, äh, der gibt den Ball erstmal ab an Hartwig. Hartwig, der irgendwie so sich wie Dennis Hartwig anhört. Heißt er zufällig, Dennis, wenn ja, bin ich so total glücklich. Aber er ist Toni und das macht mich sehr traurig. Ich bin nämlich jetzt müde, obwohl ich nicht müde bin. Ah, ja, egal. Ich glaube, scheiße, ist ja egal. Der verarbeitet den Ball in aus, äh, den Ball und steht in einer ausgerüsteten Position, versucht sich in eine gute Position zu bringen, schlägt zwei, drei Haken und schiebt den Ball gezielt in die untere Ecke. Okay, ich hasse dich Hartwig, aber da ich, äh, Hartwig mag, also vom Namen her, nein, ich mag Hartwig nicht vom Namen her, ich kenne einfach nur einen Dennis Hartwig, nur ich will keine Wärmung machen, deswegen sage ich nichts darüber. Ich sag dazu nur Miau! Männlich oder so ähnlich, keine Ahnung, ist ja egal. So, wir haben uns dadurch ein bisschen verschlechert von Platz 4, glaube ich, oder 5, ne, wir sind von der 5 runter auf die 6. Das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir jede, jede Runde zahlen mögen. Also, bitte nicht die Nummer 10 oder die 12. Nummer 8 reicht mir, damit wir wenigstens nicht absteigen. Also, das war's für diese Folge und, nein, das war so ein Spaß, weil ich hysterisch war. Tut mir leid, ich guck mal eben kurz, was ich bauen kann. Naja, ich kann nur Scheiße bauen und deswegen denke ich mal, dass Gold United für mich schon relativ viel Mist gebaut hat. Wir zahlen einfach mal einen Kredit zurück. Ja, wir zahlen 100.000 zurück. Das sollte ja eigentlich schon angenügend reichen. Aber wir haben, wir haben eigentlich zu viel zurückgezahlt, deswegen, weil wir direkt mal den 1.000 geben, damit wir, 950, 850.000 zurückkriegen. Aber, nein, das geht leider nicht. Wir müssen die 100.000 zurückzahlen. Und wir kriegen auch kein Geld zurück. Das ist richtig behindert. Aber, wir haben jetzt erstmal den Kredit zurückgezahlt. und wir sollten jetzt 150 da. Wir haben nun den Jahr 25.000 ab. Und das nur, weil wir ein Ligaspiel gehabt haben. Aber morgen steht das Spiel gegen die Hertha an, die uns auch bei der, bei PS3 sind, aber ich gehe keinen Namen erwähnen darf oder werde oder dafür ärgert werden würde, mache ich das lieber nicht. Ich hoffe, es hat diese etwas verblödeste Form von mir gefallen. Wenn nicht, gibt mir einfach Daumen runter, aber das wäre sehr blöse von euch. Deswegen, bitte nicht Daumen runter. Ich mag euch trotzdem. Ich werde beim nächsten Mal wieder so anders sein. Ich habe einfach nur die abgetritte Musik hinter mir. Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Tschö.